Wie mache ich denn das jetzt? Also erstmal nochmal abgebaut für jeden schönen guten Tag. Ich habe Post erhalten. Ein Paket. Das ist schon offen, weil ich immer erstmal die Sachen kontrolliere. Das ist ein schönes Montagsvideo. Am Freitag kommen die Turteltauben. Da merkt ihr aber, dass ich die Turteltauben vor diesem Video gedreht habe und ich erstmal auf die Idee gekommen bin, das könnte ich am Montag machen. Weltklasse. Zeitblasen. Oh, vor dem Herrn. So, hier habe ich ein schönes Paket erhalten über meinen Bricklink Freund des Vertrauens Inubricks. Inubricks verlinke ich mal unten drunter. Die Jürgen von der 4 Klemmer. Kennt ihr ja 4 Klemmer. Der Discord ist unten drunter. Die Jürgen ist drunter. Let's Brick, wie immer. Hier, Größe gehen raus an die Lieben. Gehen raus. Und da war ein schöner Brief. In einem Kuvert für abgebaut für jeden. So. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Aber in der Regel bestelle ich ja unheim Zillehooligan. Aber ich habe auch noch einen normalen sterblichen Namen in Bricklink. Also, äh, der normal sterbliche Namen, wenn man mich mit Namen komplett kennt, weiß man, dass ich bestelle ansonsten, äh, wer es nicht weiß, in der lieben Community-Welt. Merkt es euch. So. Moin Mark. Heute erreicht dich dieser Brief von weit, weit weg von deinem Inubricks. Geht das runter wie Butter? Geht das runter wie Butter? Und dann noch so ein Erdbeerkorni. Inno sehr lieb. Ich freue mich sehr, den Weg zu dir gefunden zu haben. Die wenigen Male, wo ich die Zeit gefunden habe, dich im Livestreams zu sehen, hat mir sehr gefallen. Deine ehrliche, manchmal übertriebene Art, davon braucht die Welt mehr. Dankeschön. Es ist für euch übertrieben, okay. Für mich ist das direkte Front, so sieht es aus. Ja, also, äh, ich übertreibe es nicht gerne, sondern so wirklich so bin ich auch überall im Leben. Ich, ich probiere wirklich auf hartem Maß zu diskutieren und wirklich auf hartem Maß dann die Fakten auf den Tisch zu legen. Und das schätzen die Leute massiv an mir. Also, da muss man ehrlich sagen, so bin ich wirklich immer. Non-stop. Ihr könnt auch den Jürgen fragen, wenn wir miteinander diskutieren oder sonst was. Ich bin da schon ein bisschen eisern drin. Mein, meinen Gedanken. Also, wisst ihr, was ich meine? Also, da ist schon, äh, die Welt in Ordnung. Mit mir muss man aber auch genauso umgehen. Mit mir muss man genauso ehrlich sein. Genauso hart kann man mir ins Gericht gehen. Allerdings habe ich meine Meinung. Ich vergewissere mich immer auf alle Seiten. Und, ähm, das macht auch das mit dem Mike. Sprügt haben, was da mal war. Aber ist egal. Sprich, Schnee von gestern. Ähm, wo war man? Du sprichst Dinge an, die wirklich auf das Brot müssen, ohne dir selbst den Belag nehmen zu lassen. Das ist ein schöner Satz. Ein richtig schöner Satz. Warum gefällt dir mir? Ja, man muss Dinge ansprechen. Auch wenn sie unangenehm sind. Nimm als Beispiel Krebs. Es ist ein Scheißthema. Es ist wirklich ein Scheißthema. Und es ist ein unangenehmes Thema. Und auch wenn es in der Familie ist. Ja. So. Was mich privat betrifft, oder hier, werde ich hier nicht ansprechen. Was ich am Zimmer für ein eigenes Paket. Jeder hat sein Paket zu tragen. Aber allerdings, wenn man mich nach meiner Meinung fragt. Oder wenn man damit konfrontiert ist. Dann sage ich da schon klippenklar so und so. Und frage auch hart nach. Die Leute sind im Selbstmitleid, wo betroffen sind. Ich nehme jetzt einfach mal das Thema Krebs. Es gibt auch noch zig andere Sachen. Wirklich ein Schlaganfall oder sowas, wo auch hart der Tubak ist. Aber dann frage ich einfach nach. Oder Probleme finanzieller Art. Manche werden kriminell. Bevor das passiert, rede ich mit den Leuten. Probier dir eine andere Vision zu zeigen. Oder zu sagen, hey, das ist ein Thema. Da kann man offen mit umgehen. Macht nicht so. Sondern macht die Augen auf, um das zu machen. So, ich mache die Maus weg. Das mag ich nochmal nicht. So. Wisst ihr. Und das ist halt wirklich das. Das muss aufs Ding. Und ich lerne da dabei ja auch bei den Gesprächen. Manchmal bin auch ich perplex, wo ich sage, puh, was soll ich da jetzt dazu sagen. Ja, das ist nicht immer ohne. Aber nur wer redet, kriegt geholfen. Und wer redet, kann auch was lernen. Also das sind immer so Sachen. Ich bin mir sicher, dass der kleine Inu bei dir eine wundervolle Zeit hat. Am liebsten hat er Vanilleeis. Und geht mit seinem Knochen Gassi. Okay. Das ist schon mal geil. Jetzt verstehe ich da schon mal der Inhalt ein bisschen. Die ganze Welt möchte er erkunden. Dann ist er bei mir schon mal hier richtig. Wir haben ja hier die, äh, äh. Da kommt noch die Hall of Fame. Das machen wir noch. Dann machen wir die Wall of Fame machen wir. Die Wall of Fame und die Wall of Shame. Da kommen wir dann bei der Wall of Shame machen wir dann hier den Ludolf hin. Wem es nicht passt, der abonnieren, dass ich das immer wieder sage. Ähm, aber da machen wir die Wall of Shame hin und auf die anderen sagen wir mal Wall of Fame. Meine Meinung immer. Aber die Leute können auch gerne probieren von der einen auf die anderen zu kommen. Also da habe ich eine nette Idee dazu. Ähm, die ganze Welt möchte erkunden. Bei mir bist du angekommen, kriegst du auch regelmäßig deinen Knochen. Ich habe auch noch zwei, drei Knöchelchen da. Denn er ist ein neugieriger Geselle. Ja, das ist auch sehr schön. Und ich finde auch gut, in den Brief teilt er gleich mal was mit. Finde ich mega stark. Finde ich mega stark. Das ist zwischen den Zeilen alles, alles richtig cool. Ich bin auch hier massiv überrascht. Am Ende über lasse ich dir, welchen Platz du da für ihn aufrundest. Ja, da kommt die Hall of Fame. Also wer so lieb schreibt, macht und tut, kommt da definitiv hin. So langsam sollte man aufhören. Da ist ja auch noch irgendjemand geben muss, der das alles, alles lesen muss. Ja, ähm. Ich nenne mir gerne Zeit. Das heißt, wenn das fünf Seiten wäre, würde ich mir hier die Zeit definitiv nehmen. 100 Prozent. Ich würde dann vielleicht dann alles vorlesen. Manche Sachen sind ja auch sehr privat, was ich gesagt kriege. Manche E-Mails werde ich niemals hier vorlesen, weil die wirklich ins Detail gehen und auch hier manchmal Probleme hier mit mir teilen. Und auch mir manche Sachen gefragt werden, wo es uns private gehen, wo man auch mal einen Tipp haben muss, menschlich. Ich bin nicht nur der Klemmer, ich bin auch ein Mensch. Also mich kann man ruhig auch mal mit Problemen konfrontieren, mich mancher meiner Meinung fragen, weil diese Art ist immer so. Immer offen und ehrlich und frei raus. Bevor meine Schlammen beenden mir die wenigen Zeilen und sagen danke für deine witzige, ehrliche, ausgeflippte Art. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für das Kompliment. Das heißt, wir werden ja gleich wieder drei Meter größer werden. Deiner Liebe zum Glemmbaustein und deinen unterhaltsamen Livestreams, dass es dich gibt. Danke dafür. Grüße, Inu. Als erstes Mal bin ich jetzt ja selten allein. Ganz selten bin ich ja wirklich allein. Aber das wollen wir jetzt wieder ein bisschen steigern, weil ich habe ihn eingeladen, zu dem Zeitpunkt ist es noch nicht, denkt dran, wir haben Februar, zu dem Zeitpunkt habe ich ihn eingeladen, aber da muss ich ihm noch schreiben jetzt, heute auf jeden Fall, dass das jetzt dieses Samstag nicht klappt, sondern wir das nächsten Samstag machen, weil die Welt zwischen einkaufen und mocken, weil er mockt und er trifft genau dieses Thema, was mich jetzt für meinen Mock interessiert. Ihr wisst, ich will den Herr-der-Ringe-Mock machen und da kommen auch gleich da dazu, wir brauchen hier Verzierungen, grün, wir brauchen Blätter, wir brauchen Bögelchen, da will ich was testen, ob die Bögelchen Sinn machen und dann haben wir hier noch wieder die grünen Sachen und dann haben wir natürlich noch ein paar Jumperplates und hier Brick Modified. Und das ist alles für die Brücke, das ist nur Brücke und das kostet einen Haufen Geld, da sind jetzt schon 50 Euro reingeflossen, ich habe nur jetzt 1 cm gebaut, weil ich immer wieder sehe, ich muss das anders machen, das anders machen und natürlich habe ich mich für immer, wie es mein Glück ist, für die teuerste Variante mit diesen Teilen entschieden. So, aber das ist nicht schlimm. So, und diesmal wird der Original aus Lego gebaut, was ich auch auf Ausstellung gehen kann. Das ist mein Ziel, dass ich am Schluss den Mock modular auseinanderbauen kann und mitnehmen kann auf eine Ausstellung, ist mein Ziel. So, und bis dahin wird es noch ein bisschen dauern, weil ich habe echt mal Bock auf eine Ausstellung zu fahren, morgens schön dahin aufbauen, schön mal ein bisschen gucken, schön mal ein bisschen sagen und ein bisschen Händeschütteln, mal die ganzen Leute kennenlernen, ein bisschen Fotos machen, ein bisschen quaken, ein bisschen Hobby austauschen und es gehört einfach zum guten Ton, das aus Lego zu bauen, aus Glemmbaustein. Er ermöglicht mir die Möglichkeit ein bisschen mehr, allerdings ist die Möglichkeit mit Lego auch sehr sehr teuer. So, ich bin mir sicher, am Schluss ist der Mock, gerade der Berg wird verdammt teuer, aber für das Innenleben habe ich, ja ich habe genügend Steine eigentlich fürs Innenleben für hochzubauen, und da war nicht so ein Konvolut mit bunten Steinen und Zimmer das hinten dran hin, sieht man ja eh nicht, weil da wird komplett außenrum dann zugemacht, dass man nicht gleich gucken kann, zumindest mal verkleidet, was auch wieder nicht gerade günstig ist, aber ist egal. Und dann hat er mir hier das schöne Hundchen geschickt, das schöne Hundchen finde ich cool, ein Hündchen mit Vanilleeis, einem Knochen, und zack, und zack, und dann haben wir den doch hier, wieder rausgestreckten Zunge, hier, guck mal, ist der geil, dann müssen wir ja, wann das dann besser so, hopp, August, hallo, hallo, oh man, geht das dann so, ah ja, ja, das hilft wirklich mit der Hand, also baue ich mir doch da so ein Ding, wo es draufsteht, und automatisch da hin zum, schön, gell, ausgestreckte Zunge, richtig cool, von hinten hier, mit Schwänselchen, Eis, Knochen, so wie ihr es gesagt habt, so, und ich habe doch hier die Baublades, habe ich doch hier, oder, die waren doch hier drinnen, nee, hier sind sie nicht, hier ist das andere drinnen, hier ist das drinnen, irgendwo habe ich sie, Moment, mir nennen das jetzt die Zeit, oder, für die Inno nenne ich mir doch gerne die Zeit, jawohl, hier ist er, so, hier ist er, ich habe, habe ich keine mehr, oh, dann muss ich wieder bestellen, dann muss ich wieder bestellen, was ist das, ein USB, nee, das ist der, ah, den brauchen wir, den brauchen wir, den brauchen wir, so, sodala, und da kommt jetzt der Inno drauf, dann ist das, der zweite, neben dem Prick-Opa, wo machen, der zweite, neben dem Prick-Opa, ich habe, am Anfang war ich immer leidig, dass jeder die hat, oh, meine Nase geht zu, so, hallo, so, das sind alles geschenkte Figuren, also, das sind, also, da oben ist auch noch eine vom Conor McCloud, da haben wir ja auch noch einen Deal, und da komme ich in Zukunft drauf zu sprechen, so, so, soviel zu diesem Paket, und diese Pakete freuen mich mega, auch die vom Jürgen, also, mir ist es unangenehm, auf der einen Seite sowas Schönes zu bekommen, wenn ich was geschenkt bekomme, weil man fühlt sich ja so ein bisschen verpflichtet, was zurückzugeben, wisst ihr, man ist ein bisschen verpflichtet, und ich kann hier mit meinem Kanal wenigstens ein bisschen was zurückgeben, kann sagen, hey, Dankeschön, sehr, sehr geil, finde ich mega, finde ich cool, ähm, der kommt in meine Fressschublade hier oben dann rein, vielen Dank, Inu, wirklich vielen, vielen Dank, Links sind drunter, ähm, äh, wir haben die Bricklink-Shops auch bei uns im Discord drin, da ist er natürlich auch selbstverständlich drin, da sind die gelistet, äh, da sind Netbricks ist noch drin, Zille ist noch drin, und jeder ist willkommen, wirklich, jeder ist im Discord willkommen, jeder darf auch Werbung machen, selbstverständlich, dafür ist er ja da, das ist ja eine Community-Gemeinschaft für uns alle, ähm, bitte, bitte nutzt das wirklich, das macht es jedem leichter, wenn jemand ein Schnäppchen weiß, kann er es reinschreiben, ähm, es gibt wirklich immer wieder Schnäppchen, da habe ich jetzt manche erst wirklich gemacht, wirklich über 50%, ich zeige es euch im Haul-Video, ähm, zu dem Zeitpunkt ist es schon gelaufen, also ich habe es euch zu diesem Zeitpunkt schon gezeigt, das Haul-Video, es kommt ja, es war im März, so, aber wann genau, wissen wir nicht, ähm, aber zu diesem Zeitpunkt war es halt noch nicht, und, äh, da kann ich ja offen drüber reden, ja klar, da kann ich ja offen drüber reden, Zeitblase, so, aber ist jetzt egal, das muss ich noch lernen, ne, in Zeitblasen zu reden, aber, ähm, ich weiß, es ist ein bisschen schade, dass es momentan so ist, dass ich vordrehen muss, aber ich will mir wirklich die Auszeit bis Ende April nehmen, ähm, die Livestreams werden bleiben, das ist so eine Zeit, wo ich mehr nehmen kann, aber Videos drehen, Videos cutten, äh, das zu bauen, äh, das zu bauen, und, 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 klar, es wird jetzt der Umsprung geben, wirklich, und am Wochen-, Richtung Wochenende, an den Livestream-Tagen bauen und montags vorstellen, da will ich hin, natürlich werden auch noch so kleine Heftchen kommen, wo ich dann mal schnell baue, vorstelle, habe ich auch noch ein paar da, ähm, die Livestreams, die, wird nicht immer alles gebaut, oder auch mal so, so Pakete, wo ich kleine Sachen, wo ich bestelle, für den Mock bestelle, da machen wir immer so kleine Videos noch mit rein, also die kurzen Videos will ich da wirklich schon in der Woche so mit reinhauen, und die Hauptvideos, so wie jetzt seit heute, das mit der Post, kommt montags, ähm, aber manchmal sind manche Sets halt auch nicht groß, wie jetzt zum Beispiel, ähm, das kann ich ja zeigen, ich will ja hier, Minecraft-Test, das ist dann so ein Video, das baue ich auf, und da könnte ich mal eine Meinung sagen, das bauen wir dann in einem kompletten Video auf, das ist dann ein kleines Ding, da baue ich das auf, dann finde ich das mit euch raus, meine ersten Gedankengänge, was finde ich cool, was finde ich nicht cool, klar, man hat so ein bisschen die Hintergedanken, was hat da der Hilde Steine gesagt zum Beispiel, aber unterm Strich, blende ich, probiere ich das dann so weit, wie es geht, auszublenden und dann zu zeigen, so, ähm, es war wieder viel, viel, viel Text, ne, aber wirklich, danke für sowas, also, ich habe jetzt so viel bekommen, Conor, Markus Müh, ähm, Zille, Inu, Brick-Opa, Let's Brick, also wirklich alle, alle, alle Sachen, was ich jetzt bisher bekommen habe, also, ihr müsst das echt nicht tun, wirklich nicht, Leute, vielen, vielen Dank, ähm, mir macht es ab und zu echtes Leben innerlich schwer, ich probiere dann auch, was zurückzugeben, aber ihr wisst, wie ich ticke, ich probiere es dann, ich sehe jetzt zum Beispiel, Weppenlady habe ich was geschickt, ich habe mir André was geschickt, ich will dann nichts da zurück, das will ich nicht, das, ich, wisst ihr, was ich meine, mir ist es ungenehm, angenehm, was zu bekommen, aber genau in diese Position bringe ich auch das Gegenüber wieder, die sollen wissen, ich will nichts zurück, sondern, und genau das sagen die mir auch, und das ist schwierig, 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 ich verstehe die eine Seite, ich verstehe die andere Seite, wisst ihr, was ich meine, also, das ist wirklich hart, und, ähm, aber ich probiere es da zurückzugeben, wo, wo, Beispiel Weppenlady, Mikrofonkacke, Selonien, ich habe da eins stehen, ich war nicht zufrieden, weil ich mache Videocontent, ich, ich stream, und da will ich halt ein, ein, ein gescheites USB-Mikro haben, weil das andere bedienen ist mir zu viel, zu teuer, jetzt halt noch mit meiner kleinen Kanalzahl, ähm, also, ich sowas investieren könnte, es ist ja hier für mich auch mein privates Geld, ich bin nicht irgendwie ein Kleinunternehmer oder sowas, wo das absetzen kann, das bin ich dann, viele sagen, mach's doch, aber da muss man wieder nutzen, kosten, und dann auch später hin die Steuern betrachten, weil, wenn ich mich jetzt als Kleingewerber anmelde, habe ich viel mehr Ausgaben wie Einnahmen, das mal vorneweg, ja, und irgendwann kommt steuerlich die Liebhaberei da mit dran, ja, und das sagen die nach dem zweiten Jahr, was sagt, das ist Liebhaberei, wir bezahlen da nicht dein Hobby, ja, weil du meinst, du musst das so machen, wie in den kleinen Einnahmen, dann ist das abgemeldet, weil einfach meine Einnahmen nicht zu den Ausgaben passen, und dann wird das Geschäft abgemeldet, und wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, was raschelt denn da, ja, so, geht mir zusammen zu, wenn man die Türen dazu macht, wisst ihr, so, krank, darf nicht da raus, und, wisst ihr, da wird schnell die Liebhaberei rein, dann hat sich das mit dem Geschäft, und dann probieren wir wieder eins anzumelden, dann wird's ganz komisch, und man kriegt Tipps, wo man Affiliate-Links bekommt, man kriegt Tipps, wo man das bekommt, man bekommt Tipps da dafür, aber das ist halt alles schwer, jetzt habt ihr mal so einen Blick auch hinter die Kulissen bekommen, wo auch meine Gedanken schweben, und es gibt ja auch noch nicht nur die Gedanken hier, ich hab ja auch noch die Liga-Verwaltung hinten dran, da sind ja auch Gedanken hinten dran, das zu einer EV zu machen, da sind ja auch Kosten hinten dran, da sind auch rechtliche Sachen hinten dran, da brauch ich einen Strafkatalog, ich will eigentlich gar keinen Strafkatalog haben, ich will ja, dass das tatlos funktioniert, aber der Vater Staat will dann sowas haben, und da sag ich mir, das sind nicht meine ideellen Werte, wisst ihr, was ich meine, ich will ein friedlebendes Zusammensein, jetzt sagt jeder, so wie du bei manchen Sachen drauf hast, nein, das sind ehrliche Worte, Ehrlichkeit bringt Friedleben, das heißt, man darf die Konfrontation auch mal nicht scheuen und sagen, ey, ich spreche was aus, hätte der Martin mich angerufen und sagen, ey, wir gehen mal live zusammen, wir klären mal die ganze Community auf, ist ja das Problem aus der Welt, Anführungszeichen, weil dann muss er mir Rede und Antwort stehen, und dann merkt ihr dann, wenn dann auf einmal der Zille dann noch mit im Chat ist, weil der schreibt da mit rein, oder er geht auch mit live rein, der hat damit kein Problem, dann muss er sich diesen Personen, wo er damals angegriffen hat, wo er damals in den Dreck gezogen hat, damals in den Kakao gezogen hat, stellen, so, und dann wisst ihr ja schon automatisch, was passiert, es wird nicht passiert, und dann kann jemand zu mir sagen, was er will, aber das ist der direkte Weg, so, und warum ziehe ich die Öffentlichkeit mit rein, bringst Content, nein, hat es mir Abozahlen gebracht, ja, drei, diese Nummer hat mir drei Abos gebracht, wisst ihr, was mir Abos gebracht hat, die Livestreams haben mir Abos gebracht, die Shorts haben mir Abos gebracht, verdiene ich mit Shorts Geld, nein, verdiene ich mit YouTube Geld, nein, warum mache ich das, weil es mir Spaß macht, weil ich mit euch Spaß habe, und darum geht es mir, so, in diesem Sinne wieder viel zu viel gequatscht, danke Inu, kann ich nur empfehlen, Zille kann ich nur empfehlen, Netflix kann ich bisher empfehlen, die anderen werden noch getestet, ein Paket ist noch unterwegs in einem anderen Shop, testen wir auch noch, grundlegend, Tipp, Süßigkeiten rein, Süßigkeiten rein, und hier muss ich sagen, Inu, ein Tipp, mach so weiter, das ist gut, Beklink ist, so wie du es machst, tipptopp, geil, geil, in diesem Sinne, jetzt muss ich wieder die Maus hier reinholen, das ist ja auch wieder so ein Quark, ne, wir machen es anders, ich sage jetzt Tschüss, dann kommt der Teil, wo ich jetzt dann auf die Maus drücke, das ist der, so, pass auf, jetzt, genau, wird jetzt ganz geil, jetzt kriegt ihr mal den Blick hinter die Kulissen, was ich wegschneide, also ich sage jetzt dann Tschüss zu euch, dann nehme ich hier die Maus, gucke, dass ich das hier anvisiere, und dann drücke ich auf Stopp, und fertig, und das stückelt zwischen Tschüss, gucken, drücken, schneide ich jetzt weg, so, also, jetzt, hat der, hat der gesehen, so, okay, jetzt dann nochmal, Tschüss.